Was ist die Religion? Islam ist natürlich ein sehr, sehr weit gefasster Begriff, der mit dem Bekenntnis, dass es nur einen einzigen anbetungswürdigen Gott gibt und dass Mohammed sein Gesandter ist, beginnt und mit vielen Dingen aus der alltäglichen Praxis, die daraus folgen, endet. Das ist so zusammengefasst der Islam. Und was den Anfang betrifft, so gibt es keinen Disput da unter den Muslimen. Bei anderen Themen, die nicht zu den Dingen gehören, die jeder Muslim weiß, da ist dies jedoch nicht so. Da gibt es durchaus verschiedene, sich zum Teil auch widersprechende Meinungen. Und wenn ein Thema von so zentraler Bedeutung ist wie die Religion, dann gehen oftmals Gespräche über unterschiedliche Meinungen mit einer gewissen Emotionalität einher. Ja, so weit, so normal. Und erst einmal auch gar nicht schlimm. Bei religiösen Themen denken Außenstehende schnell um mein Gott. Was geht da ab? Die gehen sich gleich an die Kehle. Aber um ehrlich zu sein, sehe ich das gar nicht so dramatisch. Hitzige Debatten gibt es bei allen möglichen Themen. Sei es in der Politik oder bei einer so banalen Frage wie, welche Spielekonsole die bessere ist, Playstation oder Xbox. Als Muslime sollten wir nur auf eine Sache aufpassen. Nämlich, dass die Herzen nicht auseinander gehen. Einfach nur, weil jemand eine Meinung vertritt, die man selber überhaupt nicht teilt. Das ist die Sache am Ende nicht wert. Und dann kann es sogar besser sein, ein Gespräch einfach abzubrechen. Es ist besser, du verlierst eine Debatte, als am Ende die ganze Brüderlichkeit. Und das sage ich besonders in einer Situation wie der unsrigen, in der wir Muslime als Minderheit in einem fremden Land leben. Was heißt fremdes Land? Eigentlich gehören wir ja schon dazu, aber es ist kein muslimisches Land. Und dadurch, trotz aller Freiheiten, die wir genießen, werden wir auch mit gewissen Herausforderungen konfrontiert. Sei es bedingt durch die Presse, die es oftmals versteht, die Muslime nicht von ihrer besten Seite zu zeigen. Bis hin zu anstehenden Wahlen mit der üblichen Polemik seitens der Politik, allen voran der CDU, die es mit jedem neuen Grundsatzprogramm nur noch schlimmer macht. Das sollte Grund genug sein, auf einen gewissen Umgang miteinander zu achten. Und zwei Dinge können dabei ungeheuer hilfreich sein. Zum einen unterstelle deinem Gegenüber nicht einfach, er hätte keine Ahnung. Das mag verführerisch sein, besonders wenn man sehr von seiner eigenen Meinung überzeugt ist. Aber ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, dass ich schon mehr als einmal mit Meinungen konfrontiert wurde, die ich für vollkommen abwegig gehalten habe, nur um dann zu sehen, dass das doch nicht so aus der Luft gegriffen war. Und zum anderen unterstelle deinem Gegenüber nicht eine schlechte Absicht. Sprich, er hat zwar Ahnung, entscheidet sich aber bewusst für die Falschheit, weil er eine bestimmte Agenda verfolgt. Wobei Falschheit natürlich jede Meinung ist, die der eigenen widerspricht, ist ja klar. Das bedeutet natürlich nicht, dass man immer auf einen Nenner kommt. Der Punkt ist einfach, dass man das auch gar nicht muss. Verschiedene Meinungen in zum Teil bedeutenden Fragen hat es zu allen Zeiten in unserer Geschichte gegeben. Das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Aber das, was uns verbindet, ist viel mehr als das, was uns trennt. Und solange das Gelehrte unter sich mit Wissen und Benehmen hinter verschlossenen Türen diskutieren, ist auch alles gut. Aber wenn normale Muslime dies auf der Straße austragen, wobei die Straße heute das Internet ist, dann kommt nichts Gutes dabei heraus. Gehört hat das alles wahrscheinlich jeder schon mal. Aufpassen, dass man die Herzen nicht auseinanderreißt. Und sicherlich können viele dem auch so allgemein zustimmen. In der Theorie. Helfen tut das jedoch nur, wenn man das in der Praxis anwendet. Sprich, beim nächsten Mal, wenn du einem Muslim begegnest, dem du so gar nicht zustimmen kannst. Nicht sofort vom Schlimmsten ausgehen. Sondern dir erst einmal sagen, okay, der hat sich sicher genauso Gedanken gemacht wie ich und suchte sicher nach einem Weg, seinem Schöpfer zu gefallen. Ebenfalls genau wie ich. Und auch wenn ich ihm überhaupt nicht zustimmen kann, ändert das nichts daran, dass wir Geschwister im Islam sind. Diese Videos sind möglich, weil wir Mitglieder haben. Und du kannst uns auch dabei unterstützen. Klick dazu jetzt unten auf den Link. Es dauert keine zwei Minuten und deine Kinder kannst du kostenlos mitermelden. Und du kannst uns auch dabei unterstützen. 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 Und du kannst uns 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 dabei unterstützen. Und du kannst du kannst. Untertitelung des ZDF, 2020